Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Oddworld Apes Exodus, um das am 19.04.2019. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und hier machen wir auch weiter. Schnell weg hier. Müssen da jetzt nicht die Vorstandsbüros kommen? Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass das zu ist. Ach, verdammt. Und rein da. Was steht denn überhaupt hier? Das ist ja noch viel mehr die Frage. Ah, okay. Kennen wir ja auch. So, jetzt müssen wir einfach mal abhauen. Schnell weg hier. Es ist generell super big home, den wir kontrollieren können. So, jetzt ist es einfach. obst Vielleicht wenn er dann nochmal langläuft, sag ich es ihm erst was platt machen. Dankeschön! So, komm mal mit! Komm mit! So, dann was ist er im Slot? Hey! Mach schon! Hallo! Mach den Platz! 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 Oh scheiße! Ach nee! Das ist ne Stelle die ich nicht mag! Nee, absolut nicht! Mach den Platz! 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 Ach, Mann, ich bin viel zu spät! Fuck you! Wie schnell soll ich denn da sein, Alter? Boah, war das eng So, jetzt kommen wir wieder Komm her Und der reagiert so lahm, ich könnte echt einfach nur lachen Komm her Ich könnte einfach nur heulen Hey, komm her Ich hasse das mit diesem Trippig Trippig Da gibt's ja noch Ess Maston 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 black 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 ok Okay. Mann, ich hab diese Kackstelle. Ich hol mir eh einen neuen. Lass dich mal umholen. Komm her! Komm her! Ich drehe mich mal so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist egal. Boah, Alter. Boah, Alter. So müsste es funktionieren. Ähm, okay, das ist genau noch ein bisschen. Okay. Soll ich es richtig anstellen? Soll ich es richtig anstellen? Soll ich es richtig anstellen? Ja, danke. Okay. Soll ich es richtig anstellen? Okay. Mache, Mache, Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, Mache, Mache! Mache, Mache! Mache, 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 Mache! Mache, Mache, Mache! Mache, Mache, Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, Mache, Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache! Mache, 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 Mache Da würde ich auch sagen, dass wir das jetzt machen, das fehlt da noch, Ohnwürgs haben wir ja gemacht. Was ist hier irgendein Geheimnis? Unge-Esslich sagt, FICO-Vorstandsbüro wegen Sicherheitsalarm beschlossen. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Genehmigung von Direktor Fleck und General Döbig. Worauf wartest du? Noch, besuche das Bonnwürgs und die Slick Barracks. Tja, die müssen wir echt besuchen und wir hören uns das mal an. Die Magogs auf dem Vormarsch, das neuste von heute. Vizepräs-Vizepräsident Eslicks rede an jede an die modarken Gewerkschafter. Ihr stinkende Sklaven! Ich meine, meine verehrten Arbeiter. Onkel-Onkel Eslick behandelt euch doch ausgezeichnet. Ich liebe euch alle wie meine Kinder, klar? Gräuft euch also diesen Ebsons in die Brühefässer mit euch allen! Na, wie lang soll ich, wie lang soll ich warten? Bewegt euch! In Co-Produktion mit der Soulstorm Brauerei. Eure Mühe ist unsere Brühe. Tja, aber meine Mühe ist euer Untergang. Ich mach mal nen Schnitt. Bis gleich.